René Waders ist der Notfallmediziner für grüne Patienten. Der Gärtnermeister ist Deutschlands einziger Pflanzenarzt. In seiner Pflanzenklinik bei Wolfenbüttel hilft er, wenn Schädlinge und Pflanzenkrankheiten überhand nehmen. Statt der Chemiekeule setzt er biologische Waffen ein. Erfolgreicher Buchautor ist der gebürtige Berliner ebenfalls. In seiner Sprechstunde gibt René Waders jetzt wieder wertvolle Pflegetipps. Herzlich willkommen bei uns im Mittagsmagazin. René Waders, was ist denn für Sie ein perfekter Rasen? Wie sieht Ihre Zuhause aus? Das ist mein perfekter Rasen von zu Hause. Ich habe mal ein bisschen was mitbekommen. Der perfekte Rasen sieht für mich aus. Da ist auch ein bisschen Artenvielfalt drin. Da darf auch das Gänseblümchen drin sein. Ein bisschen Moos. Ein bisschen Moos, das ist überhaupt kein Problem. Aber viele wollen das ja so haben. Das heißt also, ohne irgendwelche fremden, Kräutern, ohne dass er verbrannt ist. Er sollte halt schön grün sein. Aber es ist eigentlich auch gar kein Problem. Jeder kann seinen Rasen so haben, wie er gerne möchte. Also da gibt es nicht richtig oder falsch? Nein, überhaupt nicht. Aber natürlich trotzdem ein großes Problem, gerade im Sommer, kennen wir vielleicht auch aus den letzten Jahren, ist die Trockenheit, ist die Hitze. Warum verbrennt denn so ein Rasen im Sommer? Also hier sieht man, dass hier ganz schön, also richtig verbrennt. Hier ist zum Beispiel auch eine Zeigerpflanze drin. Das ist das hier, was man sieht. Das werden ganz viele in Ihrem Garten haben. Das ist das Habichtskraut. Das Habichtskraut ist halt eine Pflanze, die wirklich dann sich jetzt hier verbreiten würde, den Rasen verdrängen würde. Und warum ist der Rasen natürlich hier verbrannt? Weil er kein Wasser bekommen hat. Das ist das A und O. Also ein Rasen, der im Sommer kein Wasser bekommt, der verbrennt. Das kann man nicht ändern. Also wenn man den perfekten Rasen haben möchte, muss man gießen. Das ist das A und O. Wenn ich mir so einen braunen Rasen hier anschaue, ist der nach so einem Sonnenbrand, nenne ich es mal, überhaupt noch zu retten? Ja, auf alle Fälle. Also man kann immer wieder, man kann immer dran arbeiten. Das heißt also, jetzt ist auch die richtige Zeit zum Beispiel jetzt, also auch dieses ganze tote Material, was man jetzt hier so sieht, das muss man raushaken. Man geht mit einer Hake dabei, hakt das raus. Und dann hat man lauter Kahlstellen. Und diese Kahlstellen, die muss man nachsehen mit einer neuen Saat. Und dann wird ja auch wieder grün und das dauert gar nicht lange. Jetzt auch, dann sieht er auch irgendwann wieder so aus. Also das ist überhaupt so. So ein Rasen kann sich super schnell regenerieren. Kann ich denn auch was tun, damit der Rasen überhaupt erst gar nicht verbrennt, außer eben entsprechend zu wässern? Also da gehe ich mal ganz kurz nach meine Tasche ran. Also das Beste, was man halt sich besorgen kann, ist halt so ein Gießmesser. Das heißt, der gehört eigentlich immer in den Rasen rein. Warum? Weil ich den Rasen wässern muss. Und damit ich dann immer genügend Wasser gebe. Das ist immer ganz das A und O, das ich halt nicht zu viel. Ich will Wasser sparen. Und dieser Gießmesser, wenn der auf 20 Milliliter zum Beispiel nach dem Gießen gefüllt ist, weiß ich, dass mein Rasen genügend Wasser bekommen hat. Ist das egal, wo der steht? Das ist dort, wo das Wasser kommt. Also wenn ich eine Gießanlage habe, dann muss der da sein, wo ich die Gießanlage habe. Aber wenn ich mit der Hand gieße, muss ich natürlich den dort haben, wo ich auch mit der Hand gieße. Und der zeigt mir dann ganz genau, okay, jetzt hat er 20 Liter pro Quadratmeter und jetzt ist es gut. Und dann kann der Rasen wirklich eine Woche gut ohne zuzügliches Wasser überleben und sieht dann immer schön grün aus. Ich kenne es aber von meinem Rasen. Ich wässere den relativ häufig, tausendmal schon nachgesät. Und trotzdem entstehen dann eben diese unschönen Löcher, wo auch nichts so richtig wächst. Genau, und das ist das Problem. Das Problem ist schon, ja, ich wässere häufig. Das ist ein Fehler. Also wässern wirklich dann ein bis zweimal höchstens die Woche und dann nachhaltig gießen. Also wirklich gucken, dass ich 20, 25 Liter pro Quadratmeter gieße, kann ich kontrollieren, indem ich einfach auch mal einen Spaten nehme und hier in den Rasen reingehe und mal gucke, wie tief ist das Wasser gesunken. Und dann, wenn ich das mache, dann passiert das auch nicht. Und es ist auch ganz wichtig, was man auch immer so, so ein Rasen hat Hunger. Das ist ja eine Monokultur. Das heißt also, das ist von uns Menschen gemacht. Und wir müssen immer gegen die Natur arbeiten. Was will die Natur? Die Natur will Artenvielfalt. Und wir wollen eine Monokultur. Wir wollen den Rasen haben. Und der Rasen hat immer Hunger. Der hat immer Hunger. Wir müssen immer dafür sorgen, dass der Rasen ordentlich mit Nährstoffen versorgt ist. Machen wir das nicht, dann wird der Licht. Kriegt der Haarausfall und dann sieht es irgendwann so aus. Und dann kommt sich Mutter Natur und sagt, kahlen Boden gibt es bei mir nicht. Und im Schatten wächst das Moos. Und überall dort, wo sich in dem Rasen die Lücken bilden, dann kommt Habichs Kraus, Gänseblümchen und alles, was da so bunt ist. Also das ist halt eben die Arbeit von Mutter Natur. Also wenn es ums Wässern geht, nicht zu oft. Sie haben gerade zwei bis dreimal in der Woche. Ja. Wie lang nochmal? Also ungefähr 20 bis 25 Liter pro Quadratmeter. Ja, das ist völlig ausreichend. Komm ein bisschen drauf an. Ist ein sandiger Boden, ein bisschen mehr. Ist ein schwerer Boden, ein bisschen weniger. Und da hilft mir dann so ein Regenmesser. Weil dieser Regenmesser dann mir zeigt, aha, 20 Milliliter zeigt mir 20 Liter pro Quadratmeter. Und so kann ich dann so wissen, okay, jetzt hat der Rasen genug und dann schalte ich ab. Und das ist halt mir ganz wichtig. Wann ist denn die beste Zeit zum Wässern? Ja, da erscheinen sich die Geister. Die einen sagen morgens, die anderen sagen abends. Ich sage abends, weil ich morgens nicht aus dem Bett komme. Also das ist halt immer so. Natürlich, wenn ich früh morgens irgendwie, ja, ich sag mal, um 5 aufstehe, kann ich den Regener anstellen. Das ist ganz klar. Wenn ich aber erst um 9 irgendwie aufstehe, das ist viel zu warm. Und dann ist das auch gar nicht gut. Und dann macht man das lieber abends und stellt den Regener abends an. Mit welchem System bewässere ich am besten? Also mit der Gießkanne ist ein bisschen kompliziert. Am besten ist es immer mit einer Bewässerung. Das heißt also mit einem Sprenger, den man aufstellt, der gleichmäßig das Wasser verteilt. Und dann funktioniert eben auch so ein Messgerät richtig schön. Jetzt merken wir schon am Wässern, so ein Rasen macht auf jeden Fall Arbeit. Die Frage ist natürlich, wie viel Arbeit. Das ist ja teilweise auch, kann das ein richtiges Hobby sein, die Rasenpflege. Wie oft zum Beispiel sollte denn gedüngt werden? Und welchen Dünger empfehlen Sie? Also ganz wichtig, so ein Rasen hat immer Hunger. Der muss 6 Monate mit Dünger versorgt sein. Also ich habe hier mal eine verschiedene Dünger hier mitgebracht. Also hier zum Beispiel, das ist ein ganz schöner Dünger. Und zwar ist das ganz einfach. Das ist Kompost und zwar mit Holzkohle gemischt. Das könnte ich mal selber herstellen. Ja genau, man holt sich schönen Kompost und den mischt man mit der Holzkohle. Und den bringe ich regelmäßig zum Beispiel, wenn ich den Rasen mal ausgehakt habe, bringe ich das immer wieder auf den Rasen drauf. Diese Holzkohle und der Kompost sorgt dafür, dass der Rasen also sich ordentlich mit Nährstoffen versorgen kann. Das Wasser verdunstet nicht so schnell. Also das tut dem Rasen richtig gut. Und dann, weil er eben Hunger hat, gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt den faulen Gärtner. Der faule Gärtner, der nimmt ganz einfach einen Langzeitdünger, einen mineralischen Langzeitdünger, den er dann ausbringt. Und dann hält dieser Dünger zwei, drei bis sechs Monate. Und dann muss ich halt nichts nicht mehr machen. Also am besten im Frühjahr. Genau. Und dann guckt man immer auf der Verpackung drauf, gucken, was draufsteht. Wenn da draufsteht, zwei Monate, dann muss ich es dreimal machen. Also sechs Monate ist der wichtigste Punkt, den sollte man sich merken. Der Rasen muss sechs Monate mit Nährstoffen versorgt sein. Und wenn ich das einhalten kann, dann ist alles gut. Und ich kann natürlich auch, wenn ich sage, ich möchte keinen mineralischen, gibt es organische Dünger, wirklich tolle organische Dünger. Aber immer drauf achten, und was man niemals machen darf, so ein, ich sag mal, so ein Blaudünger oder sowas, das ist Fast Food für die Pflanze. Das darf man nicht machen. Außer man möchte Rasen ernten, oder ich will Heu machen, dann kann das okay sein. Aber sonst nicht. Ja, sonst wirklich daran denken, dass man den Rasendünger nimmt. Bei der richtigen Rasenpflege zählt natürlich auch das Rasenmähen. Wie sollte das jetzt im Sommer aussehen, vor allem, wenn man sich die Rasenhöhe anschaut? Der zum Beispiel hat relativ lange Haare. Genau. Im Sommer lässt man die Haare lang, das schattiert. Das heißt also, dann schattiert er sich selber. Das heißt also, er verdunstet nicht so viel Wasser. Die beste Höhe ist so fünf Zentimeter, weil dann kann er gut Fotosynthese machen, kann er sich gut bestocken. Und wenn man den Rasen fragen würde, das heißt, wie möchtest du denn gemäht werden, dann würde der Rasen sagen, am besten jeden Tag. Weil er hat am wenigsten Stress, wenn man am wenigsten abschneidet. Also schlimmsten ist es dann, wenn man sagt, so alle 14 Tage, oh scheiße, ich muss schon wieder, Entschuldigung, muss mal wieder Rasen mähen. Und dann geht man raus und mäht dann also die Hälfte des Rasens ab. Das ist Stress für den Rasen. Wenn ich ihn fragen würde, ganz ehrlich, es gibt ganz viele Kritiker, die sagen, Mähroboter nicht, aber der Rasen würde sagen, ich nehme lieber einen Mähroboter. Es gibt ja wirklich eine richtige Industrie, bevor wir gleich mal noch über die Rasensamen sprechen, kommt vielleicht noch ganz kurz, man kann kalken, man kann sanden, vertikulieren, belüften. Da gibt es so viele, ist wirklich alles notwendig? Woher weiß ich, dass mein Rasen braucht? Es ist alles sinnvoll. Also Rasen, dieser Rasen ist ein Hobby. Wer so einen Rasen hat, der hat Rasen als Hobby. Und der hat was zu tun. Und der wird 95 Jahre alt, weil das wirklich viel Arbeit ist, Bücken immer, ja, wenn man Rasen mäht, dann weiß man, wie viele Schritte man macht und so. Also das ist schon eine richtig tolle Sache. Also ich, also ich muss den nicht so haben, ich kenne aber genügend, die den so haben. Mir reicht dann schon ein bisschen die Artenvielfalt und ich habe dann doch etwas bunteren Rasen. Es gibt, Herr Waders, eine riesengroße Auswahl an Rasensamen. Wer schon mal im Baumarkt war, weiß das. In Deutschland zum Beispiel 20 verschiedene geprüfte Saatgutmischungen. Woher weiß ich denn, welche Rasensaat für meinen Garten wichtig ist? Es gibt ganz einfache Dinge, die man sich merken muss. Also erstens, ich ernte, was ich sehe. Hat früher der Bauer schon gesagt. Das heißt also, wenn ich zum Beispiel, ich habe jetzt hier mal so eine Rasensaat. Und zwar, das ist Berliner Tiergarten. Hat einen tollen Namen, ist aber nicht gut. Ja, man sieht, die Spätze sind richtig groß. Das heißt, hier brauche ich ungefähr 40 bis 60 Gramm pro Quadratmeter. Und dann habe ich hier mal eine Alternative, wenn ich die dazu sehe. Hier sieht man, das ist die Rasensaat. Die ist viel feiner und viel kleiner. Und das ist ein hochwertiges Saat. Warum? Dieser macht 20.000 Halme pro Quadratmeter. Sie können ja mal zu Hause nachzählen, wie viele Halme Sie pro Quadratmeter haben. Der macht bis zu 80.000 Halme pro Quadratmeter. Der ist halt so dicht. Und man guckt auf der Verpackung. Und wenn er auf der Verpackung draufsteht, 20 Gramm pro Quadratmeter, kann man nichts falsch machen. Das ist ein Ding. Oder man kauft eine RSM-Mischung, kann man auch nichts falsch machen. Wie erkenne ich denn so eine richtig gute Samenmischung? Wahrscheinlich dann eben an der Feindkönigkeit? An der Größe und wirklich ganz einfach. Man muss wirklich kein Rasenkenner sein. Man guckt wirklich auf die Verpackung. Und wenn da hinten draufsteht, 20 Gramm pro Quadratmeter ist es richtig gut. Weil hier auf dem Berliner Tiergarten, der kostet 3,99. Da steht aber 40 bis 60 Gramm. Manchmal bis 80 Gramm pro Quadratmeter. Man braucht also viel, viel mehr davon. Und dieser Rasen, das ist wie ein Perser-Teppich, kann man sich vorstellen. Ein Perser-Teppich mit 60.000 Knöpfe oder Knoten ist viel hochwertiger als einer mit 20.000 Knoten. So kann man sich das dann beim Rasen auch vorstellen. Ganz kurz noch, Herr Waders. Wann bringe ich die Samen am besten aus? Und vor allem, wie bringe ich sie schnell zum Keimen? Also, die beste Zeit ist wirklich der Herbst. Weil der Boden ist noch warm vom Sommer. Die Regenwahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch. Und ich kann das wirklich so machen, so aus der Hüfte heraus. Und verteile den Rasen so aus der Hüfte heraus. Weil ich weiß, da muss ich mal ein bisschen mehr, da muss ich ein bisschen weniger. Und das ist eine gute Sache. Mehr muss man da eigentlich gar nicht machen. Also wir merken schon, so ein richtig schöner Rasen ist Arbeit, ist eine Wissenschaft für sich. Aber macht natürlich dann auch entsprechend Spaß, wenn man ihn im Garten hat. Learning by doing. Dankeschön, Herr Waders, für diese Tipps.